Im alten Kostüm hat sie immer auf jeden Fall rot und schwarze Farbe, aber hatte sie da Herzen? Ist das wirklich 3 und error? Ich verstehe es nicht. Machen wir jetzt ekelhaftere Sache. Nein, ich habe mir keinen Spickzettel gemacht. Doch habe ich, weil dieses Rätsel absolut scheiße ist. Es ist so austariert, dass es ähnlich herausfordernd wie ein bekanntes Kinderspiel ist. Kommando Riddler! Ja, Simon Sass. Die Regeln sind einfach. Betätige die Schalter mit den Farben, die gezeigt werden, in der richtigen Reihenfolge. Tada! Viel Spaß! Na, blau, grün, rot und gelb. Leute, die kein Englisch können, haben hier ein bisschen Vorteil, weil sie die Wörter nicht lesen können. Die ersten kann man sich vielleicht noch merken, aber das letzte, das geht einfach nur zack, 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 zack. Ja, merkte man diese ganzen Farben. Könnte ich nicht. Definitiv nicht. Ich habe mir das eiskalt aufgeschrieben. Ich habe doch viel runter. Ich habe doch viel runter. Was habe ich mir gedacht? Was habe ich mir gedacht? Befätige doch nur die Schalter mit den Farben, die du siehst. Ja, wollte ich. Warte mal, mein Stick wieder scheiße. Na ja, dann fällt mir überhaupt noch scheiße schicken. Ja, du brauchst es mir nicht zu zeigen. Am besten zoome ich ran. Ja, genau. Damit er auch gar nicht auf die falsche Farbe geht. Habe ich das jetzt nicht getroffen? So, du hast es gelöst. Freu dich nicht zu früh. Von ihr an wird's schwerer. Hm. Gelb. Grün. Blau. Blau. Gelb. Rot. Ja, und das letzte ist einfach nochmal schneller. Wie soll man sich das auf Anhieb merken? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich aufschreiben. So geht's. Danke. Wunderbar. Wunderbar. Da wir wissen, dass du ein Kurzzeitgedächtnis hast, vielleicht kannst du den Test beginnen. Ja, Entschuldigung. Ich kann mir ja auch nicht mal Namen merken. Grün. Blau. Gelb. Rot. Blau. Rot. Gelb. Grün. Jetzt verarscht der mich. Ja, da steht rot und die Farbe ist auch rot. Hä. Ich mach das Rätsel trotzdem nicht. Dann cheate ich halt, ne und? Ihr habt's doch gesehen, ich hab den Stick zu rot hoch gemacht. Du brauchst nur etwas mehr Intelligenz. Du brauchst nur etwas mehr Intelligenz. Intelligenz. Ich mach das jetzt mit den Ferngesteuerten. Nein. Das ist ja noch bescheuerter. Ich mein, wenn ich meinen Stick nur ganz leicht nach, äh, links... Da geht mein Dings kurz nach rechts und dann nach links, oder was? Nach rechts und kurz nach links, aber dann nach rechts. Irgendwas so. Ach, keine Ahnung, mir doch egal. So, ich bin jetzt oben bei rot. Wehe, du wirfst es wieder auf gelb. Er muss auch treffen. Er muss auch treffen. Wieso kann das Rätsel nicht einfach blau-grün-weiß-gelb-rot sein? Das weiß ich bis heute. Diese seine Farben-Rätsel aus goldenen Zahnen. Ja, blau-grün-weiß-gelb-rot! Solange es nicht ein Nirwana ist, oder so... Ja, gib's her! Danke, du... Ich wollte auf den Bildschirm hoch. Du zählst auch nie dahin, wo ich will, dass du hinziele. Ach, Betsy! Ach, sind auch noch zwei auf Bühne B? Moment, das ist ein Versagensgeräusch. Im Grunde hat doch Chicken versagt. Chicken versagt von allen. Äh... Sackgasse. Ich mag richtig einbiegen. Oh. So. Welche beiden habe ich denn hier vergessen? Irgendwo hinten. Äh... Irgendwo hier. Was genau? Ich muss auf jeden Fall in irgendwelche Lüftungsschächte reinkriechen. Hm. Hm. Vor kurzer Zeit habe ich wieder ein Arkham City-Feeling gehabt. Jetzt. Noch 50 Rätsel zu lösen. Ein guter Zeitpunkt zum Aufgeben. Ich werde dich nicht geringer schätzen, wenn du den Schwanz einziehst, Batman. Denn sie... Geringer geht gar nicht. Gilt gar nicht. Gilt gar nicht. Ich habe keine Rede. Nee, nee. So ein Standbild hatte ich nie. Ja, das ist alles nur wegen Rappi. Willst du mir beim Arkham Knight spielen zugucken? Oh, hoppla. Jetzt hast du ein Standbild. Von einem wunderschönen Hintern. So, wie ging das nochmal? Ich vergeige immer die Tasten. Eigentlich muss ich ja das Bild rauskramen und mal hier irgendwo einfügen. Damit ihr nachvollziehen könnt, was für ein wunderbares Standbild ich da mal hatte. Ja. Ja. Selbst hier oben ist ein Poster von den Flying Graces. Da, wo es niemand sieht. Niemand. Und... Da fehlt irgendwie der Körper. Muskelprotz. Mit Minigun. Och, nee. Keine Miniguns. Das... Das bringt Albträume zurück. Auf etwas, was wir noch vor uns haben. Ich möchte nicht dran denken. Ähm, aber checken. Du hast es noch angesprochen. Also hast du dran gedacht. Ich tue jetzt einfach mal so, als hätte ich es nicht dran gedacht. Und ich will auch nicht dran denken. Aber du hast es gedacht. Wieso sind die eigentlich überall Kussmünder? Ist Harley echt hier rumgegangen und hat einfach alles abgeknutscht? Was hältst du auf Bühne A? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Habe ich mich echt so schlecht umgeguckt? Ei, 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 ei. Naja, willkommen im Wilden Westen. Habt ihr grad was Cooles gesehen? Ja, wieder ein Ventilator, den wir ausschalten müssen. Nein, das hatten wir doch schon. Ne, dahinter. Wann denn nicht auch? Ja. Na gut, oben habe ich mich halt nicht umgeguckt. Ähm, stopp. Wie willst du das unterbrechen schicken? Äh, keine Ahnung. Ich kann es einfach. Oh Gott, ein Batman! Ich kann auch immer wieder im selben Tunnel sterben, egal wie oft ich das durchspiele. Immer wieder der gleiche Tunnel. Immer und immer wieder derselbe Tunnel. Eine andere Seite. Ja, Wann, wo ist das Rätsel dazu? Du. Äh. Ach, mach ich das halt manuell. Ein Schnelltasten? Was sind Schnelltasten? Ach, kannst du ja gar nicht, wenn du... Ah, kein Wunder, dass es aus mich geht. Naja, Betsy muss da sein Gleichgewicht halten. Er kann dann nicht die ganze Kraft in den Ziehmechanismus legen. Passt du ruhig. Stuntsturmlagen, siehst du. Check, du musst auch auf Betsys Gefühle achten. Im Grunde ist das ja eigentlich immer so eine Mini-Version vom Bosskampf gegen Raish Agul in Arkham City. Mit dieser riesigen Statue. Ja. So fühle ich mich dann auch immer. Ja, mach das. Die Wände resetten sich nicht. Wahrscheinlich wirklich erst, wenn ich ausmache und dann wieder an. Oder ich habe sie jetzt ultimativ verbuggt. Das war schlecht. Das war schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Das sind ja schon viele Luftballons, alter. Ja, ich glaube, Tim will immer noch raus. Er will zu Barbara. Henry? Nein. Ich wollte eigentlich hier aufmachen. Aber Betsy will nicht. Er kann ja Robin nicht in Gefahr bringen. Warum hast du dann überhaupt Robin eingestellt? Nachdem er gemeint hat, hey, mach mich zu Robin. Denn du bist hier voll alleine und wütend und ich merke, dass du wütend bist und... Ähm... Ne, du wirst hier irgendwie... Psychotisch. Nach der Sache mit Jason. Irgendwie, 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 irgendwie... Ach komm, ja. Ich würde sagen, wir sind in der nächsten Aufnahme, es wäre schon immer kein Freuen Nacht, wenn sich hoffentlich dieses eine Rätsel drin resettet hat mit den Wänden. Das war so dumm. Ach, aber hey. In letzter Zeit klappte der Multi-Ausschalten eh nicht mehr bei mir. Haben wir in der letzten Session gesehen und in dieser Session und überhaupt irgendwas... Obwohl ich Y drücke! Ne, ich muss X drücken. Ach, wirklich? Die fehlen nicht mehr. Aber Ende die Session! Ja, tue ich jetzt auch! Ja, und dann werden wir erstmal wieder ein bisschen hier die Inseln aufräumen. Und natürlich gucken, was Ryder im Schilde führt. Alter, 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 alter. Das wird ein Spaß. Das hat wirklich Spaß. Ja, was beim nächsten Mal. Alles, bis dahin. Ciao! Ciao!